Musik Hallöchen meine Lieben, wir haben uns mit Adrian Wiedemann an die älteren Kassetten herangemacht, an die älteren Filme, die wir früher so gedreht haben, und zwar aus dem Jahre 2001, das ist jetzt 16 Jahre her. Und da hatten wir Segelurlaub gemacht. Adrian ist ja früher gerne gesegelt, er war sogar im Segelverein, als er noch ein bisschen jünger war, ich glaube so mit 16, 17. Und ich bin eigentlich überhaupt kein Segeltyp, also ich mag auch nicht so gerne segeln. Und da waren wir mal zusammen, ich glaube eine Woche sind wir überall in Dänemark gewesen und überall so rumgeschippert. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei diesem Video. Musik Das können sie die ganze Zeit auch. Die Kamera ist schon geschlagen her. Echt? Musik 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 Guck mal, total ernst, ne? 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 Du hast es überstanden, jetzt wird's ruhig. Guck mal, total ernst, ne? Ja. Du musst keine Angst haben. Du hast mich noch ein bisschen geschnappt, du. Lass mich mal. Das ist so unscharf. Ist das normal? Nö. Haben die Hunger, oder? Sie haben vorhin die Hand gepissen, das gibt's gar nicht. Das ist ja lustig, das fitzelt nur ein bisschen. Okay. Du kannst doch jetzt die Kamera machen. Nee, lass sie doch mal stehen. Okay. 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 Willst du bitte die Kamera machen? Okay, du mal. Okay. 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 practice. Bye. world cecon. Untertitelung. BR 2018 Und wie hat es dir gefallen? Wie hat es dir gefallen? Gut. Möchtest du das mal wieder machen? Ja. Dann wieder auf große Tour. Nächstes Mal dann in zwei Wochen, ne? Ja. 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 Ja.